kassel hallo herz gekommen hier ist eine Frage mit dir Kassel Teil 3 es gab heute einen großen Abrick in Süda hier war mal Gold aber Eis ist zurück Eis ist komplett zurück also und ich glaub neuer Zaun ganz täuscht ja schlitten oder irgendwas ja dann dürfen wir hier Eisen haben ich will dann mit euch noch zum nächsten hin gehen proben ich hab da einige von das war die Karte hier öffnet ganz wohl so um der Ecke ja ne was da hä hä gute Frage jetzt ja da geht's zur Eisgegen äh das ist hier oben der Ecke wir sind auf Dach gelogen das ist ein weiter Weg also wie bei von diesem Wildejahr ne der war auch immer ja 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 sie haben noch einige Fähr behoben und die Höhlen haben wir jetzt mehr äh und sie soll nicht mehr so in der Wand drin hängen sie soll aufbauen können und meine Hütte ist in der Stein die haben wir jetzt aufgewertet Eisenergie für gewertet ja schon neben dem Wilde äh Ambos Ambos-Härztel und ich hab noch mal zwei machen keine Möhne ja 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 als nächstes will ich da herstellen die Stahlschmerze um da hier alle schnell zu sickern ob man halt so braucht nach Stromlaugen und wir können halt nicht los ja 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 das verkauf ich auch 3G ist das Hauptsatz gesehen dadurch kann man mehr tragen und man hat halt äh künstlicher mehr ne nochmal ein Gepäck auspacken da ist echt nur Eisen drin und ein bisschen alle Metall also hier hab ich äh äh muss ein Ding sein ich glaub ich glaub Flachierf ne Kopfierf nicht richtig blöd das wir jetzt hier kennen wollten ne ich glaube voll sind wir voll ne und soll wohl hier unten um Rühlen besser jetzt äh gehen können um sich festzuhängen äh ja und dann haben sie geschrieben sie wollen was äh zu ändern das ist dann ein bisschen komplizierter dass man den Talente sich wieder neu vergeben kann das wollen sie das wollen sie angriff nehmen dass man praktisch alles versetzen kann und dann kann man sich neu vergeben und das braucht ja das kann ja sein ob man später merkt oh das kann ja nicht ungünstig ne wenn man irgendwo runter kann ja häuschen aus Stein ist wichtig allein wegen Unwetter ne das ist ja nicht schön das ist ja nicht schön wenn es um die Hütte weg abbrennt oder ja abbraten Feuer ist bloß hier gefahren weil wenn das irgendwie die Hütter kommt blitze und so dann ist es schlecht und es ist ausbestellt so äh und sonst habe ich hier klar Steinmetzbank die Bearbeitungsbank die Werkbank äh Kambus und der Mörser und Sauerstoff ne und die Kleidungsbank Kleidungsbank so das reinräumen ist so geblieben knaufen wir mal runter nehmen mal die Nahrung einer Reihe Metall nehmen mal rüber dann trauen wir noch ins Feuer rein noch ein Pfeiler beherrschen mit mir her so Holz Möglichkeiten nichts mitnehmen was wir jetzt was ich gebrauchen könnte wäre Fackeln ne ja ich wollte mal eine Folge aufnehmen komplett komplett alleine komplett ohne was zum Wollt ihr auch nicht ne ja äh ich hab ja auch null Anführungszeichen sieben Tage Zeit also in Echtzeit also heute sind es nur noch äh vier also heute ist beim Gefreitag heute ein bisschen was tun so weit wie möglich und Samstag geht ja nicht aus anderen Gründen ne Livestream erst und dann nachher wieder Sonntag ne und dann Montag noch als allerletzte Reserve weil wenn man es nicht schafft zum Beispiel muss man rechtzeitig wieder zum Planeten hochfliegen und ist das nämlich alles weg also die Sachen die man bekommen hat die man sich kaufen konnte die aktuell also hier das zum Beispiel hier das noch mal dabei haben und die anderen drei Sachen die ich auch noch jetzt aktuell im Haus habe weil die sind kaputt die brauche ich jetzt nicht mehr mitschneppen nur muss ich es abholen weil ich jetzt hochfliegen ne das Haus ist ja in der Nähe Spickelsicherkeit wie so ein Entwickler es ist ja also für draußen alles die Ressourcen kamen wieder mit einem Update ich habe noch nicht weiter war aber wie gesagt das Gold was für in Hülle war ist nicht mehr das ist noch kein Erdruck auf Eisen nur ein gold und das ist mehr eisen so dass wir hier das war eine große hülle das kommen wir mitnehmen drei fackeln ja schon ein bisschen bei mir wissen wissen wir schon hier vorne wenig will wenn man jetzt hier zum beispiel vier leder braucht so gerade hat der performance vom stil von der aufnahme passt ja das sind jetzt aufnahmen vom alten rechner also die davor waren vom neuen den neuen muss ich das herrichten da war ja perfekt da war ja das pech gehabt da war auch wenn das euch reden und dann ja da gab ein blauer bildschirm und dann ging nichts mehr wenn das aufgesetzt die folge das die folge noch mal die folge zeigen alles zeigen geht hier war nicht mehr oder das ist das ist ich denke mal zu langweilig das stück müsste reichen den rest haben wir hier rein an schwefel und so kreuz weh ohne noch ein fall ist ein bisschen besser stein falle sind zwar gut besser das können wir auch zerstören wir sind heute dabei nehmen um die fackeln zu bedienen steine können wir hier reinpacken fasern die kreiber und unterwegs sind mehr als genug stöcke leder die kreiber aus vormann noch und sauerstoff das sagt meiner noch tauschen wir auch noch gleich mal dann haben wir genügend sauber dabei das dauert ja nicht lange, das ist ja das gute so fehl feuer, feuer achso, das war nicht dann im Wald da kennt ihr mal sehr lange ich mich spiele da muss ich auch noch mal ein richtiges Feuer machen, das ist ein größer ist nehmen wir mit, oder hauen wir ein Feuer nehmen wir auch mit können wir essen, da tauchen wir auch rein aber trotzdem ausmachen wenn das schlecht wird, wird das schlecht so die Axt, die Pickelhüse kaputt war doch gerade heil gemacht nix drin, ne? verweisen mal die Pickelhüse ist schon kaputt die zum anfang war ganz gut zum start kann man nicht sagen vielleicht kann ich nächstes mal auch wenn ich genug Ressourcen habe, die bessere Pickelhüse man muss hier immer freischalten und ja Herstellung muss hier man zwar nicht, aber man kann die so, mal kurz in die Karte gucken und den Punkt bisschen mal markieren dann geht los, ne? guter Lüfter an das war normal das war normal das ist auch ja, der Wolf ist auch hier aber den brauchst du auch, ne? zumindestens mal oh, Melonen ist mal kurz zu nehmen ja, in der letzten Mission habe ich ja den Suchen blöder aber zum Schluss habe ich mir angebaut kann man rufen, ich brauche immer ein bisschen Leder brauche ich ganz viel zum Knochenreich auch noch viel brauchen zum Marzherstellen oder ähnliches darfst du nicht liegen, dass du sowas auch wenn das Gepäck mäßig blöd ist Brot? Ja, kann ich auch mal helfen jetzt haben wir ja auf 10, dass man die Höhle zu rein, ne? ja, man kann auch mit neuen Pätschen bei mir jetzt, äh ja, muss man was verdienen, echt man kann sich vieles am Anfang herstellen Acht 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 wir sammeln ja nicht mehr wir haben ja nichts zu essen außerdem ist es in die verkehrte Richtung wo die Höhle sind wo die Höhle sind die Höhle sind die Höhle sind die Höhle sind das freischlangen die war eh offen gewesen da bin ich gespannt eine große Höhle die Höhle sind Holz im Allfall ganz selten mal anderes Zeug aber Kohle nicht mal Kohle ist nicht zu wertvoll das sind mehrere wenn man drin also hier muss ich ran pirschen Stück für Stück und hier sind die Ressourcen auch wieder die performance also diese anpassung haben sie auch gemacht zum guten und zu schlechten da wird man sich mal aufstellen die Höhle die Höhle ja für diesen Prapplikator braucht man ja viele viele ja Teile weg das Gute ist das Feuer hält ja lange an 3 hergestellt und mehr gestellt hm da vorne ist ja eh nichts los nehm mal den Fakler mit das ist ja jetzt ja dann ja ja ein und alle beide sogar in der hülle also zu hause so wenig also ich brauche jetzt mal nur eisen und daher mal gucken was noch da ist später mal ja das ist auch genug da nur kein gold bis jetzt diese sind ja letztlich damit die aufersteht ja bis in der giftung Das ist ein bisschen flumpen. Einfach mehr wird, oder? Sehr aktuell kein Gold. Das ist nicht schön. Kohle, also Kupfer kann man sagen. Kohle. Viel Eisen ist noch gut. Brauchen wir eh viel. Das ist ein Goldwürsche. Extrem viel Gold brauchst du für die ganze, ja, ganze Geräte. Nein. Da brauchst du elektronische Geräte und dafür brauchst du Gold. So, ansonsten. Beton ist kein Problem. Aluminium sollte auch kein Problem sein. Eigentlich. Die man Sauerstoffe zu wenig, achso. Rüberlegen, rüberlegen. Mein Behälter ist leer. Mein Wasserbehälter. Ah ne, voll, ne. Gut, dann bauen wir Eisen ab. Machen wir perfekt voll. So. Ich hab mich gar nicht gereicht. Und sonst. Seid mal für heute. Tschüss, tschau. Vielen Dank, falls ihr aufschaut. Ich geh ja nicht zurück. Bring das Eisen zurück. Schmeiß das alle ein. Und wenn es wieder losgeht, was zu zeigen ist, hole ich euch da wieder ab. Und dann geht's weiter. Tschüss. Auf den Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Aufnahmengallitäten wäre meine.